Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing der etwas anderen Art. Das ist irgendwie in letzter Zeit öfters bei Glossybox der Fall, denn die haben so ein Frühlingserwachenangebot. Zum einen gibt es ja, dass man, oder gab es, dass man im Sale diese Überraschungsboxen ergattern konnte und zum anderen gab es jetzt dieses Osterspecial, dass du dir ein Osterei kaufen konntest. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Letztes Jahr gab es ja diese Mega-Osterbox mit denen, ich glaube, sechs Eier waren da drin und dieses Mal konntest du dir ein Osterei kaufen. Wenn du kein Glossybox-Abonnent bist, hat das 50 Euro gekostet und wenn du Glossybox-Abonnent bist, so wie ich das bin, bekommst du das oder hast du das für 30 Euro bekommen. Und ja, also wenn man diese Osterbox vom letzten Mal noch im Hinterkopf hat, erscheint das, was man jetzt bekommt, als sehr klein. Aber da soll ein Wert von 140 Euro drin sein und da bin ich echt gespannt. Ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal rein. Okay, ordentlich verpackt ist was anderes, ne? Aber gut, das Osterei ist tatsächlich schon ein bisschen aufgegangen. Mit dabei ist ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, aber da gucken wir gar nicht rein. Wir nehmen uns einfach mal das Ei, was ja schon offen ist, und öffnen es. Uh, es fällt einfach alles raus. Als erstes ziehe ich hier dieses pinke Etwas raus, was auch in der Sneak Peek war. Das ist in so einem schönen pinken Organza-Säckchen, ne? So was mag ich ja. Und hier hinten steht auch mit drauf, Gratisgeschenk. Markiere uns auf deinen Fotos und sichere dir ein Soft-Lips-Lipbalm. Das finde ich ja cool. Okay, die Bedingungen muss ich mir auch www.drmassing-cosmetics.de durchlesen. Das mache ich mal. Ja, und hier ist dann endlich mal das Produkt. Ja, das ist ein Wimpernserum, was noch zugeklebt ist, was wir uns aber anschauen werden. Dr. Massing Cosmetics Long Lashes Wimpernserum. Das Geheimnis lange voller Wimpern. Lüften wir mit diesem Nummer 1 Serum. Regelmäßig angewendet wirken deine Lashes nach bereits 30 Tagen maximal länger und stärker so dicht wie nie zuvor. Du trägst eine Wimpernverlängerung. Nutze das ölfreie Serum zur Pflege und Kräftigung deiner natürlichen Wimpern. Ganz bewusst frei von Tierversuchen, Paraben, Silikon, PEGs sowie Mineralöl. Für sensible Augen und Kontaktlinsenträgerinnen geeignet. Anwendung Wimpernwachstum anregen. Täglich nach der Reinigung entlang des oberen Wimpernkranzes wie ein Eyeliner auftragen. Pinsel vorher 5-6 Mal abstreifen. Gewünschte Länge erhalten und pflegen. 2-3 Mal wöchentlich wie beschrieben anwenden. Okay, also hast du das wie halt ganz normal bei Wimpernseren, dass du das in dem ersten Monat jeden Abend anwendest und danach nur noch alle paar Tage. Und ja, dadurch erhältst du dann die Länge und Fülle deiner Wimpern. Aber das kenne ich ja. Also nicht das, sondern andere. Ich benutze unfassbar gerne Wimpernseren, denn ich habe herausgefunden, dass die bei mir echt gut funktionieren. Und du ganz ehrlich, wenn bei mir was funktioniert, dann benutze ich das mit Freude. Und das finde ich gut. Lass mal hier aufschneiden. Das soll auch irgendwie einen Wert haben von 49,90 Euro, also von ungefähr 50 Euro. Und wenn du bedenkst, dass du damit dann quasi dieses Ei schon längst mit raus hast, das ist doch der Wahnsinn. Ein Wimpern-Wachstums-Serum und ja, das sieht ganz hübsch aus. Die Verpackung gefällt mir. Das ist ein matt-schwarz und dann hast du so glänzende, schwarze Streifen, die das so durchziehen. Und das wird einfach so ein dünnes Pinselchen sein. Genau. Also sowas benutze ich auch aktuell. Und ja, das finde ich richtig toll. Das gefällt mir. Und eigentlich benutze ich sehr gerne auch das Isana Wimpernserum. Aber es ist cool, dass ich das hier jetzt auch mit drin habe. Dann habe ich wieder ein Backup. Das ist gut. Oder ein Back-Backup, weil eigentlich ist das Isana Wimpernserum mein Backup. Und das ist das Backup zu meinem Backup. Läuft. Als nächstes habe ich hier ein Nagellack von Essie drin. Und das ist mal eine Farbe, Leute. Nail Lacquer Venise Malto. Wo steht denn hier jetzt die Farbe drauf? Da. Stary Stary Night. Okay. Das ist ein dunkles Blau mit Glitzerpigmenten drin, was ich cool finde, weil das macht sich auf Füßen richtig gut. Und ich benutze Nagellack nur auf den Füßen. Und ja, das gefällt mir. Sowas bin ich gut. Essie Nagellack. Während alle am Ostereierverzieren sind, widmest du dich deiner perfekten Maniküre. Oh, die würden mir was husten. Die gelingt dank dieses deckend cremigen Lacks besonders präzise und elegant. Er verpasst deinen Nägeln einen zartfrischen Look, der tagelang hält. Freu dich auf eine der vielen Nuancen in deinem Beauty-Eye. Lack per Pinsel auf den sauberen, fettfreien Nagel auftragen. Für eine intensivere Deckung eine zweite Schicht applizieren. Zwischen den Schritten gut trocknen lassen. Ja, ich glaube, jeder weiß, wie man Nagellack verwendet. Ist jetzt nicht unbedingt österlich, aber ich muss auch sagen, so Pastell-Lacke und so weiter habe ich auch genug da. Da brauche ich nicht noch extra welche. Von daher bin ich ganz froh, dass es auch so ein Lack ist. Ich habe zwar ein dunkles Blau, aber das gefällt mir sogar fast noch besser. Dann habe ich von Avon True Nourishing Lip Oil hier mit drin. Die Verpackung ist jetzt nicht so wunderschön. Und das ist die Farbe Blossom. Avon True Pflegendes Lippenöl Blossom. Dieses pflegende Lippenöl ist purer Frühling für deinen Kussmund. Seine nährende Premium-Formel mit Jojoba, Avocado sowie Kokosöl und Vitamin E versiegelt bis zu dreimal mehr Feuchtigkeit in deinen Lippen. Dabei hinterliste die Textur weder ein klebriges noch ein öliges Gefühl. Vielmehr schenkt sie deinem Kussmund eine zarte Farbe Frühlingsfrischer Blumen gepaart mit natürlichem Glatz. Anwendung Mit integriertem Pinsel Lippenflächen ausfüllen und zarte Pflegewirkung genießen. Genau, so eins hatte ich auch letztens schon mal irgendwo mit in der Box. Das wird auch weiter wandern, weil das, was ich da habe, reicht mir, bis ich das leer habe. Das dauert Ewigkeiten. Das heißt, das hier wird mal demnächst in eine Verlosung wandern. Ja, dann ist hier mit drin von Style London oder Steel London ein Banana Setting Powder und das scheint lose zu sein, wenn ich mir das so angucke. Ja, so rum. So rum macht es mehr Sinn, ne? Genau, und ja, das finde ich ganz cool. Baking ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich finde es ganz gut, wenn ich einen feuchten Concealer habe, dass ich den dann damit setten kann oder so. Von daher ist es ein cooles Produkt und ich bin ganz froh, dass es drin ist und kann es dann benutzen. Denn aktuell habe ich gar keinen Bananenpuder. Auch mal was, ne? Style London Banana Powder Dieses ultrafeine Setting und Finishing Puder kann so viel. Es nimmt überschüssiges Öl auf, mattiert gleich den Hautton aus, lässt die Poren kleiner wirken und deckt Rötung sowie dunkle Stellen ab. Zudem fixiert es cremiges sowie flüssiges Make-up und lässt den ganzen Tag wie frisch aufgetragen aussehen. Anwendung Ein wenig Puder mit großem Puderpinsel aufnehmen. Überschuss am Handgelenk abklopfen. Tupfend über dem Make-up auf gerötete und dunkle Stellen auftragen, um den Hautton auszugleichen. Zum Fixieren und mattieren Puder auf das gesamte Gesicht auftragen. Das ist parabenfrei, auf Mineralbasis, mit Vitamin E und es ist cruelty-free, also tierversuchsfrei auch, das finde ich sehr freundlich. Ja, schön. Freut mich. Als nächstes ist hier Illusion Organza. Organza ist wahrscheinlich die Farbe. Das ist so ein Produkt. Was ist das? Das ist so eine Maske da drauf. Gucken wir uns mal an. Riecht nach nix. Schimmert sehr. Ist cremig. So sieht es aus. Ja, das ist ein Creme-Highlighter. Macht einen ganz leichten Glow, sehr dezent. Muss ich mal gucken. Criolan Professional Make-up Illusion Highlighter. Siehste? Ein Highlighter. Tausche Spuren von Frühjahrsmüdigkeit gegen frühlingsfrisches Strahlen. Kein Problem, dank dieses vielseitigen Highlighters. Seine leichte, cremige Textur lässt sich mühelos auftragen und hinterlässt einen charmanten, seidigen Glanzeffekt auf Wangenknochen, Lippen und überall, wo es dir gefällt. Anwendung. Eine kleine Menge des Highlighters per Finger oder Pinsel entnehmen und auch die zu highlightenden Partien tupfen. Gut verblenden. Ja. Ne? Ich bin nicht so der Fan von Creme-Highlightern, muss ich gestehen. Auch wenn gesagt wird, die sollen total super sein und so. Werde ich mal testen. Jetzt habe ich gerade einen drauf. Ja. Muss man dann wahrscheinlich irgendwie ganz vorsichtig eintupfen und dann funktioniert das ganz gut. Ja. Freue ich mich jetzt nicht so ultra drüber, denn in letzter Zeit hast du ständig irgendwelche Flüssig-Highlighter oder Creme-Highlighter mit in den Boxen drin. Ist nicht so meine Welt. Ich denke, dass ich den auch mal austesten werde, wenn ich jetzt vielleicht keine Foundation oder sowas drauf habe, denn ich finde dann, ja, diese ganzen Creme-Produkte viel ansprechender, als wenn ich schon Foundation und so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das bei mir so. Vom Gefühl her. Ich finde, man trägt sich so leicht damit dann irgendwas ab und dann hat man so viel gearbeitet, dass man das überhaupt da so schön hingekriegt hat und dann macht man diesen Creme-Highlighter drauf und dann ist alles hin. Und das mag ich nicht. Aber gut, ich werde es ausprobieren und jetzt hier auf meiner Hand wirkt es auch wirklich sehr dezent. Das mag ich wirklich gerne leiden. Das mit diesem Rosa-Stich. Wenn du jetzt zum Beispiel nicht wirklich Blush oder sowas drauf hast und dann nur so ein bisschen diesen Highlighter drauf machst, kann es wahrscheinlich eine gute Kiste werden. Aber jetzt so über einem fertigen Make-up würde ich es nicht auftragen. Aber das ist nur meine Meinung. Und das letzte Produkt, was mit drin ist, ist von Noxy Doxy. Serum Base Magnificent Magnifiant. Magnifiant. Ja. Ein Primer. Das steht hier auf Französisch drauf und auf Englisch. Okay. Noxy Doxy Magnifiant. Enhancing Serum Base. Wow. Sind das 30ml? Krass. Das Produkt kostet 39,90 Euro. Ei, ei. Schenk deine Haut extra Frische in nur 20 Sekunden. Dieses schützende Serum unterstützt dich dabei. Es bewahrt deine Haut mit Antioxidantien vor schädlichen Umwelteinflüssen und versorgt die Zellen dank seines speziellen CRC6-Komplexes maximal mit Feuchtigkeit. Für einen rundum geschützten, strahlenden Teint rund um die Uhr. Anwendung. Morgens und abends vor der Feuchtigkeitspflege auf gereinigte Haut auftragen und sorgfältig einmassieren. Okay. Das ist dann einfach ein Serum. Ein Gesichtsserum in riesengroß mit so einem Puffelding dran. Und jetzt verstehe ich auch, warum hier noch so ein Puffelding mit in der Box war. Das ist ein Ersatzpuffelding. Mega. Ja. Also ich muss sagen, dass sich für mich eigentlich schon das Osterei gelohnt hat. Ich finde die Produkte ganz cool. Das ist mal was anderes. Und dieses Wimpernserum, hallo, das ist sowieso meins. Das finde ich richtig cool. Ich bin jetzt nicht so ultra hin und weg, weil, naja, es war halt nur so ein Ei. Aber ich finde zum Beispiel die Verpackung auch sehr schön. Also die kannst du auch wiederverwenden. Es lässt sich normalerweise auch schließen. Dann ist es halt auch dicht. Und ja, ist eine schöne Verpackung. Kann man jetzt zu Ostern auch schöne Sachen reinpacken und verschenken. Das finde ich ganz cool. Ja, die Produkte an sich finde ich auch ganz nett. Also da kann ich sehr gut was mit anfangen. Im Prinzip mit allen Produkten. Außer jetzt dem Lippenöl, was ich schon habe. Der Highlighter, ja, werde ich mal austesten. Ja, ansonsten fand ich die Produkte ganz cool. Ich blende hier auch mal den Gesamtwert der Produkte ein. Soll ja ungefähr 140, 145 Euro sein. Ich bin gespannt. Also wenn allein das Wimpernserum schon bei, ja, fast 50 Euro liegt, dann kommen wir da glaube ich ganz schnell hin. So. Und weil ich ich bin, habe ich mir noch ein zweites Ei bestellt. Und das ist nicht für mich. Nein, das ist für einen von euch. Ähm, ja, das wird verlost. In diesem Video. Ähm, Verlosungen gehen bei mir immer vier Wochen. Ja, das ist dann quasi so ein kleines nachträgliches Ostergeschenk von mir für dich. Und, ähm, ja, alles steht unten in der Infobox. Schau einfach vorbei. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!